Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist ein Verzigerungsgericht. Ein Verzigerungsgericht. Ein Verzigerungsgericht. Ich bin in Bern. Mein Vater hat mir den Pianon, und dann bin ich im Conservatoire in Bern. Und dann bin ich drei Jahre alt im Conservatoire Supérieur, in Paris. Die letzte Woche, die ich dirigierte, war in Salzburg. Ich habe zehn Jahre alt. Ich habe fünf Jahre alt. Ich bin jetzt in der Arbeit, klar. Ich habe seit 17 Jahren angefangen. Ich habe fast 40 Jahre alt. Der Pianon und die Musik in der Vergangenheit waren. Ich bin in Bern, in Bern. Und dann bin ich lange in Bern. Ich habe immer geschrieben, für meine Freunde. Oder für meine Kollegen, die ich wusste. Ich wusste, ihre Worte, ihre Worte, ihre Worte. Ich hab jetzt auf die Schauspieler. Ich hatte immer noch ein paar Jahre alt. Ich hatte wahrscheinlich viele Spiele, die Schauspieler waren. Ich hatte auch viele von Schauspieler. Aber ich habe ja auch schon gehört, die Schauspieler waren. Wir haben die meisten von den großen Oeuvres für Chœur und Orchestre gearbeitet. Wir haben das in Krakow gearbeitet, und es hat den Preis des Disques-Françaises bekommen, wie zwei andere von den Enregistrungen. Eine Sonate für Pianos und Percussions von Bartok, und die Oeuvre von Jean Baraké. Die Oeuvre von Jean Baraké